Meine, meine, meine. Oh, der ist schön. Das ist das meiner. Hat Paula schon aufgepackt, so schnell? Nee, ich wollte ja nie einfach. Meine Laufen, das ist gut. Komm, mach mal auf. Ein Riesen, ein Riesenbonbon. Das ist die Anna. Das ist ein Laufengeschenk. Ein Laufenbonbon. Ja, Laufengeschenk. Hey, was ist denn so artig? Ein Helm. Wie war das? Wie brennt du mit dem Helm? Für die Fahrräder, ne? Ach, was ist das denn? Oh, das ist Weihnachtsmann. Das scheint bestimmt nicht der Name so voll. Das ist ja Weihnachtsmann. Überraschung. Ey, die ist, die ist, die ist, die ist gewesen, die hat ein Geschenkholz gepackt. Das ist auch so toll, den Geschenkholz gepackt. Aber nicht einfach alles auspacken. Aber den Namen drauf holen. Das ist nicht alles so auspacken. Das steht aber auch nicht, sein Name drauf holen. Das ist nicht, sein Name. Ja, der betraut hier. Paul, hier, guck mal, das ist für dich. Das steht Paul drauf. Das kannst du auspacken. Dann wollen wir alles auf den Garten zu schlegen. Jetzt musst du jetzt auch packen. Paul hat das ein Geschenk gelassen. Ey, was? Was habe ich denn mit dem Weg? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. der war frei sein oder Bilder? Video oder Bilder? Video! Pauli, Erke, da ist! Pauli, Erke! Pauli, Erke! Pauli, Erke! Oh, was ist denn du dich halten? Und? Und? Geht ihr auch mein Name? Die Erwachsenen haben eine Tat. Geht ihr auch mein Name? Das steht auch kein Name im Brot-Projekt. Anders, das ist halt um wir beide! Das ist für Paul und für Anna. Ich meine... Echt da hinten was? Ja. Ich bitte das auch, kann der Olli helfen mit dem...